Nach der Implementierung kommt dann die Testphase. Das heißt, man hat das Programm eingegeben und es ist syntaktisch korrekt. In der Testphase geht es darum, zu überprüfen, ob das Programm auch das tut, was es tun soll. Das heißt, ob es in dem Sinne korrekt ist und vollständig korrekt. Das heißt, ob es für alle zulässigen Anfangsgrößen auch korrekte Ergebnisse liefert und natürlich auch stoppt. Der Test ist eine relativ schwierige Geschichte bei der Programmierung, weil da hängen auch psychologische Sachen hinter. Man als Programmierer häufig nicht eingestehen will, dass man auch Fehler machen kann. Und deswegen sagt man sich, da teste ich lieber erst gar nicht, dann merke ich auch nicht, dass es irgendwelche Fehler geben kann. Das ist natürlich falsch gedacht. Man sollte wirklich ausgiebig testen und sich auch schon über entsprechende Strategien in der Analysephase Gedanken machen. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, lassen Sie auch mal andere Leute Ihre Programme testen. Und bei komplexen Problemen, bei komplexen Aufgabenstellungen ist es häufig so, dass Sie zwar denken, Ihr Programm ist korrekt, jemand anders, aber relativ schnell dann doch wieder noch einen Fehler findet. Man kann eigentlich nie sagen, ein Programm ist wirklich fehlerfrei. Nur bei ganz kleinen Problemen ist das natürlich so, häufig enthalten Programme doch noch Fehler. Deswegen gewöhnen Sie sich von Anfang an an, wirklich ausgiebig Ihre Programme zu testen. Wie testet man denn? Es gibt eine ganze Menge von Testverfahren und ich möchte nur eins hier kurz skizzieren. Testen gehört zur Softwareentwicklung und ist nicht unbedingt Hauptbestandteil dieser Vorlesung. Was man machen kann, ist, man kann eine sogenannte Testmenge konstruieren. Man kann nämlich nicht alle zulässigen Anfangsgrößen nehmen und das Programm ablaufen lassen, weil die Menge aller zulässigen Anfangsgrößen im Allgemeinen unendlich groß ist. Das heißt, man muss das reduzieren. Und das macht man, indem man eine sogenannte Testmenge konstruiert. Man versucht nämlich, die zulässigen Anfangsgrößen zu charakterisieren. Und Anfangsgrößen, die irgendwie gleichartige Kriterien aufweisen, die teilt man ein in typische Klassen. Zerlegt also die Menge der zulässigen Anfangsgröße in typische Klassen, und zwar des Jung. Und aus jeder dieser Klasse wählt man dann einen Vertreter. Man kann dann sagen, dadurch, dass diese Vertreter repräsentieren, andere Anfangsgrößen mit ähnlichen Eigenschaften, ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn ich jetzt mit all diesen Vertretern teste, eigentlich das Programm auch mit anderen zulässigen Anfangsgrößen der entsprechenden Menge, der zulässigen Anfangsgrößen halt entsprechend funktioniert. Also ich vertrete jeder, ich wähle einen Vertreter jeder Klasse. Ganz wichtig sind Grenzwerte machen. Das vergisst man häufig. In der Programmierung hinterher mit Java werden wir sehen, Grenzwerte sind, wenn Zahlen zulässig sind, vergisst man häufig Null. Und hat dann irgendwann mal eine Division da drin, die Division durch Null. Deswegen muss man auch darauf achten, dass der Benutzer eventuell mal eine Null eingegeben hat in der Java-Welt. Oder wenn man mit Zeichenketten arbeitet, dann vergisst man häufig die leere Zeichenkette, dass der Benutzer eventuell gar nichts eingegeben hat. Beim Hamster ist es genauso. Man vergisst eventuell, dass der Hamster eventuell schon vor dem Berg steht. Und der Hamster donnert dann vor die Mauer. Im Allgemeinen steht er vielleicht nicht vor dem Berg, aber es kann durchaus so sein. Und, und, und. Man muss also solche Grenzwerte beachten. Und hier halt entsprechend dann auch testen. Da muss man mit den Vertretern, das heißt mit der Testmenge, mit den Elementen der Testmenge, entsprechende Testläufe machen. Man muss sich aber nicht nur die Ergebnisse der Testläufe anschauen, sondern man sollte sich vorher schon das Ergebnis, das erwartete Ergebnis notieren. Und dann überprüfen, ob das, was letztendlich das Testlauf erbracht hat, auch übereinstimmt mit dem, was man erwartet hat. Aber ganz, ganz wichtig ist, wie beim Programmieren selbst, wie beim Entwurf selbst, Erfahrung und Intuition sind hier notwendig. Deswegen üben Sie einfach mal mit gegebenen Problemen und üben Sie insbesondere das Testen. Was sind mögliche Randwerke, Randwerte, Grenzwerte? Mit welchen Werten muss ich testen, um dann eventuell sagen zu können, ja, sehr wahrscheinlich ist mein Programm für möglichst alle Werte korrekt. Hier nochmal, das Programm muss also mit allen Elementen der Testmenge ausgeführt werden. Ich muss die Ergebnisse überprüfen, bezüglich des Lösungsweges und der Endgrößen, die ich mir vorhin notiert habe. Und man sollte die Testläufe und Ergebnisse protokollieren, das werden wir gleich noch sehen, die gehören zur Dokumentation dazu. Hier sind beispielsweise mal Dinge aufgeführt. Hier ist ein Berg, hier steht der Hamster. Wenn er so losläuft, das Programm losläuft, sieht es am Ende so aus. Jetzt müsste ich, das können wir gleich mal in der Demo machen, überprüfen, ob wenn ich den Hamster in dieser Situation, ob das entwickelte Programm in dieser Situation ausführe, ob das Endergebnis wirklich so aussieht. Oder ich habe hier diesen Berg. Der Hamster steht direkt davor. Sieht das Problem oder das Territorium am Ende so aus. Oder hier habe ich folgenden Anfang und hier folgendes Ende. Ist es wirklich so, dass wenn ich mein Programm ausführe, dass es am Ende so aussieht? Die muss man natürlich auch überprüfen, ob der Hamster hier irgendwo zwischendurch im Feld rumläuft, weil das dürfte er ja von der präzisierten Problemstellung her auch nicht. Das schauen wir uns jetzt mal im Hamster.